Ja hallo zusammen, schön seid ihr wieder dabei. Ihr habt es ja sicherlich in den Läden schon gesehen, bald ist wieder Weihnachten und ich dachte mir, heute könnten wir einen kleinen Rechner machen, der uns kurz berechnet, wie viele Tage sind es noch bis Weihnachten. Also wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier mit HTML noch nichts drin. Wir haben einfach mal Style Sheet und JavaScript verlinkt und jetzt können wir also hier in Body loslegen. Als erstes mache ich wieder den Container, damit das ganze schön eingepackt werden kann. Dann werde ich jetzt einfach mal eine weitere Klasse Time anlegen, damit ich das ganze auch noch ein bisschen designen kann und dann werde ich jetzt einfach mal hier einen Titel nehmen. Wir werden das ganze im h2 immer anpassen. Ich gebe ihm jetzt eine ID von Tage und als Start werde ich einfach mal 0 eingeben und unten kann ich da eine Klasse Weihnachten definieren und da schreibe ich jetzt hin Tage bis Heiligabend, Weihnachten, damit die Leute wissen, um was es genau geht. Ja und jetzt können wir das ganze noch ein bisschen designen. Wie ihr sehen könnt, ich habe noch nichts wildes drin. Margin, Padding, Nullbox, Sizing, Butterbox, wie immer. Dann werde ich jetzt hier ein Body definieren und ihm gleich eine Hintergrundfarbe geben. Ich habe mir heute diese Farbe ausgesucht. Dann werde ich den Container zentrieren. Dann werde ich den Inhalt vom Container zentrieren. Das wäre mit Time und dann kann ich hier Text allein Center arbeiten. Jetzt seht ihr, ist alles schön eingemietet. Dann kann ich jetzt die Tage definieren. Hier haben wir als erstes Tage. Machen wir die auch noch ein bisschen schön. Eine ID speichere ich mit diesem Hashtag an. Ich gebe mir jetzt eine Farbe von so und mache es ein bisschen größer. Und sagen wir 6 RAM. Und Weihnachten machen wir ebenfalls noch schön. Hier habe ich es aber als Klasse. Also kann ich hier Weihnachten mit dem Punkt ansprechen. Ich gebe ihm ebenfalls noch eine Farbe. Da habe ich mir heute diese Farbe ausgesucht. Und ich mache das ebenfalls größer. Von sagen wir 30 Pixel. Und jetzt können wir also die Zeit berechnen. Ja, ich hoffe dir hat dieses Video bisher gefallen. Vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren und natürlich auch meinem Video ein Like zu geben. Dankeschön. Und da sie ja eigentlich immer berechnet werden soll, sobald einfach die Seite aktiviert wird, müssen wir hier nichts eingeben. Also keine Funktion hier definieren, die beim Button Klick aufgerufen wird, sondern das wird automatisch aufgerufen, sobald hier dieses JavaScript erkannt wird. Und ja, was brauchen wir für Felder? Genau, wir brauchen hier dieses Tagefeld, damit wir nachher hier die Zahl auch wieder einbauen können. Also werde ich hier einfach mal eine Konstante definieren. Ich nenne sie auch wieder Tage und da kann ich das Ganze von diesem HTML abgreifen. Also Dokument geht Element bei ID. Wollte ich natürlich und dann wäre es diese Tage. Und jetzt kann ich also die ganze Berechnung machen. Ich werde jetzt mal schauen, ja welchen Tag haben wir heute? Also kann ich auch wieder eine Konstante definieren. Heute. Und da wäre der Befehl New Date. Und jetzt könnte ich zum Beispiel das Ganze noch in der Konsole ausgeben, damit wir checken können, ob das wirklich funktioniert. Konsole, Log, Heute. Und wenn ihr jetzt hier genau seht, ja ich bin jetzt heute Montag, 19. August. Ich werde dieses Video heute noch veröffentlichen. Ich habe es also am Morgen aufgenommen. Es funktioniert. Ich bin jetzt kurz vor Mittagszeit. Ja, ich muss mich beeilen, bis ich all meine Videos nachher noch aufgenommen habe. Aber jetzt kann ich das Ganze berechnen. Ja, da muss ich jetzt natürlich noch wissen, welches Jahr ich habe. Also je nachdem muss ich auch da noch wegen Schaltjahr aufpassen. Also definiere ich jetzt einfach mal das aktuelle Jahr. Das wäre heute. Get Full Year. Ja, und als nächstes muss ich natürlich definieren, wann ist überhaupt Weihnachten? Also let Weihnachten gleich New Date. Das wäre vom aktuellen Jahr. Wann ist jetzt Weihnachten? Und jetzt müsst ihr einfach wissen, wir fangen immer bei 0 an und nicht bei 1. Also ist hier 11 drin und nicht 12. Seid nicht verwirrt. Und dann wäre es der 24. Tag. Ja, jetzt müssen wir als nächstes uns noch überlegen, was ist eigentlich mit den Tagen, die nach Weihnachten sind. Also wenn ich jetzt diese Seite aufrufe am 27. 28. Dezember, dann muss ich ja das Ganze für das nächste Jahr berechnen. Also muss ich hier noch eine If Schlaufe einbauen. Also ist heute größer als Weihnachten. Also haben wir jetzt sagen wir den 28. 29. Dezember. Dann ist ja Weihnachten nicht mehr im aktuellen Jahr, sondern im nächsten Jahr. Also muss ich hier wieder Weihnachten definieren. Aber New Date wäre aktuelles Jahr plus 1 und dann habe ich hier wieder den Rest ist ja gleich. Also haben wir am 28. 29. Dezember, das ist größer als Weihnachten, weil vom nächsten Jahr, also ist das aktuelle Jahr plus 1. Das ist sehr wichtig, damit diese Rechnung auch zwischen Weihnachten und Neujahr noch funktioniert. Jetzt müssen wir die Distanz berechnen von diesen zwei Daten. Also haben wir die Konstant. Dann wird das Ganze in Millisekunden berechnet. Ich frage mich jetzt nicht, warum. Ich habe es einfach mal Millisekunden drin. Und dann wäre das Weihnachten minus heute. Auch das können wir noch mal kurz ausgeben. Ist noch immer wieder lustig, um zu sehen, ob das wirklich funktioniert. Also ich gebe jetzt hier Consolok Entfernung in Millisekunden an. Und jetzt, dass ich gestartet habe, seht ihr hier oben ist das Millisekunden. Also so viele Millisekunden sind es noch. Noch was? 10 Milliarden? Nein. Millionen Milliarden. Doch 10 Milliarden 936 Millisekunden. Wenn ich es jetzt neu lade, dann sind es schon weniger. Und ja, bei Weihnachten ist am 24. ist es dann bei 0. Dann müssen wir jetzt das Ganze wieder umrechnen. Also in die Konstante Anzahl Tage. Da muss ich das mathematisch berechnen. Sale. Und da muss ich das Ganze umrechnen. Also das wäre die Entfernung in Millisekunden durch. Und dann wäre das durch 1000 mal 60 mal 60 mal 24. Also 1000 Millisekunden ist eine Sekunde. Mal 60 ist eine Minute. Mal 60 ist eine Stunde. Mal 24 ist ein Tag. Also die Entfernung durch diese Zahl ist wie viele Tage das es noch sind. Und jetzt kann ich also das wieder zurückgeben. in diese Formel hier. In diese ID Tage. Und das ist dann wirklich einfach. Also ich sehe hier Tag. 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 Text. Content. Gleich. Anzahl Tage. Und jetzt sind es 127 Tage. Ich habe mal Google gefragt, wie viele Tage sind es bis Weihnachten. Er gibt mir hier jetzt das Resultat 25. Dezember aus mit 128 Tage. Also 24. Dezember, wie wir sie definiert haben, sind in 127 Tage. Happy Merry Christmas. Natürlich könnt ihr auch noch andere Tage definieren. Wie viele Tage sind es bis zu eurem Geburtstag. Ihr wisst ja jetzt, wie man das Ganze berechnet. Wenn du noch eine Frage dazu hast, stell sie mir unten in die Kommentare. Ich hoffe, ihr freut euch. Auf Weihnachten habt ihr schon die Weihnachtspakete gekauft. Weil langsam wird es Zeit. Dann hoffe ich euch hat das Video gefallen. Gibt mir einen Daumen hoch. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao.